Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Keto-Fasten mit Timo und Anna, Folge 3, raus aus der Zuckersucht. Timo, was meinen wir überhaupt mit Zuckersucht? Ja, wie der Name schon sagt, erstmal hallo. Zuckersucht ist eine Sucht und die begleitet uns eigentlich im Prinzip ein Leben lang fast, wenn man nicht darauf achtet, weil oftmals hat man keinen Zucker vermeintlich gegessen, weil man ja Zucker oft mit den Nährwertberechnungen oder Tabellen sieht, davon Zucker, aber es geht ja auch im Prinzip um die ganzen Kohlenhydrate, wo man im Prinzip auch so angewöhnt bekommt, im Leben lang zu nehmen und da geht es ja davon, da mal wegzukommen und heute sprechen wir oder wollen sprechen, wie man denn das lösen könnte, davon wegzukommen. Ganz genau. Die Schwierigkeit, die ich immer habe mit diesem Begriff Zuckersucht, ist einfach, dass das in der Gesellschaft noch nicht so angekommen ist, dass es etwas wie eine Zuckersucht überhaupt gibt. Wir leben ja leider Gottes alle in so einem Zeitalter, wo wir sehr anfällig sind für alle möglichen Süchte. Ich glaube, die größte Sucht ist so eine Dopaminsucht. Das hängt ja auch ganz stark mit Social Media zusammen, dass wir immer wieder neue Impulse brauchen. Das ist auch eine Sucht, die nicht so anerkannt ist von der Gesellschaft. Die meisten Leute denken bei Sucht direkt an sowas wie Zigaretten, Alkohol, irgendwelche anderen verbotenen Substanzen. Aber es gibt eben auch Süchte, die vielleicht auf den ersten Blick nicht so erkennbar sind. Dazu gehört natürlich auch die Zuckersucht, aber noch verschiedene andere Süchte. Ich zum Beispiel hatte das Problem, als ich mit der ketogenen Ernährung begonnen habe, dass ich schon in den ersten paar Tagen gemerkt habe, ich habe Suchterscheinungen. Also ich habe so ein extremes Verlangen nach Zucker. Und innerhalb der Recherche bin ich dann auf das Thema Zuckersucht gestoßen. Also mir selbst war das auch gar nicht so bewusst, dass es so etwas gibt wie eine Zuckersucht, beziehungsweise dass ich ganz stark und massiv abhängig war von Zucker. Was hast du denn für Erfahrungen gemacht, Timo? Hattest du auch bestimmte Symptome, als du deine Ernährung umgestellt hast? Oder warst du komplett frei davon? Also zum einen war ich selber auch zuckersüchtig, wenn man das so nennt, weil man hat das ja oft verniedigt und man verniedigt esst. Zucker ist ja nicht gleich der Zucker, wo davon Zucker steht, wie anfangs gesagt, sondern es zählen ja auch die Kohlenhydrate und die habe ich mir förmlich reingeschaufelt. Man kennt diesen Effekt, man war dann zum Beispiel auch in einem Schnellimbiss, hat dann nach anderthalb, zwei Stunden eigentlich schon wieder Hunger und dann merkt man ja, da kann ja was nicht stimmen. Und es tut einem ja auch nicht gut, das Gefühl des ständigen Hungerseins oder dieses vermeintliche Gefühl des Unterzuckerseins, das ist ja auch so eine Art Unterzucker, wo man dann halt hat, weil man halt nicht entsprechend genügend Protein oder Fette gegessen hat. Und da habe ich mich halt dann auch aufgrund meiner beruflichen Ausbildung zum Sport- und Fitnesskaufmann auch davor im Fitnessstudio mich sehr viel beschäftigt, wie die Leute sich ernähren, wie sie sich ernähren und Trainingserfolge feiern können oder auch nicht. Und da habe ich dann das Ganze hinterfragt und habe mal gesagt, okay, ich möchte das mal ausprobieren. Aber die Umstellung war schon gravierend, das muss ich ganz klar sagen. Das ist kein, im Sprichwörtlichen, kein Zuckerschlecken, ganz wirklich nicht. Das Problem, glaube ich, bei dieser Zuckersucht ist ja leider, dass man das meistens erst merkt, wenn man die Ernährung umstellt. Wenn man nämlich die ganze Zeit so weitermacht, merkt man in der Regel gar nicht, dass man überhaupt eine Zuckersucht hat. Das war bei mir genauso und ich kann ja einfach mal kurz auf die Symptome eingehen, die ich hatte, als ich dann die Ernährung auf Keto umgestellt habe. Bei Keto ist es ja so, dass Zucker einfach nicht erlaubt ist. Also dem muss man größtenteils weglassen, Zucker und Kohlenhydrate maximal reduzieren, um auch wirklich in die Ketose kommen zu können. Bei mir waren die Symptome sehr gravierend, muss ich sagen. Das war eine sehr, sehr anstrengende und harte Zeit, vor allen Dingen bei dem ersten Versuch, wo ich dann versucht habe, quasi in die Ketose zu kommen. Ich habe mehrere gescheiterte Versuche hinter mir und es war so, dass ich über Wochen lang mit Kopfschmerzen zu kämpfen hatte. Ich war auch massiv am Zittern, immer wieder vor allen Dingen so zittrige Hände. Diese Gedanken, die ich auch hatte, waren eigentlich mit das Schlimmste in dieser Zeit. Das war wirklich so, dass ich den ganzen Tag über gedacht habe, wie schön wäre das jetzt, irgendwas mit Zucker zu essen. Ich habe teilweise hinterher schon von Kartoffeln geträumt. Also man denkt ja bei Zuckersucht immer direkt an Süßigkeiten. Aber wie wir jetzt schon öfter erwähnt haben, muss man da Kohlenhydrate auch mit einbeziehen. Und es war wirklich so, dass ich dann am Ende, ich war am Zittern, ich hatte Kopfschmerzen und ich habe die ganze Zeit nur an Kartoffeln, Nudeln und so weiter gedacht. Und das ist, glaube ich, auch der Punkt, wo viele dann sagen, okay, für mich ist diese ketogene Ernährung nichts, weil mir geht es einfach grottenschlecht. Und die nehmen dann diese Sachen wieder zu sich, also essen dann irgendwas Kohlenhydrathaltiges oder eben irgendetwas, was viel Zucker enthält und merken dann auch ganz schnell eine Verbesserung. Ja, und da ist dieses riesengroße Problem in dieser Anfangszeit, dass man eben denkt, mit Ketose geht es mir schlecht oder mit dieser Ernährungsumstellung geht es mir schlecht. Dann greife ich doch wieder zum Zucker, da ging es mir doch viel besser, als ich den gegessen habe. Dann essen die irgendwie ihren Donut oder ihr Stückchen Torte oder eben sowas wie Pommes und haben auch gleich wieder eine Verbesserung des Wohlbefindens. Über diesen Punkt muss man aber hinausgehen. So, und das ist auch das Thema, was wir heute hier behandeln werden. Wir werden euch ein paar Tipps mit auf den Weg geben, wie ihr quasi diese Überbrückungszeit schaffen könnt. Aber im Vorfeld möchte ich einmal Timo fragen, ob er Symptome hatte und wie die sich geäußert haben, als er seine Ernährung umgestellt hat auf die Ketogene. Ja, die Symptome kann man im Prinzip ähnlich vergleichen, wie wenn man jetzt zum Beispiel abends sein verdientes Feierabendbier zu sich nimmt oder sein Glas Wein. Wir kommen ja hier aus der Weingegend, also sein Weinscholle oder sein Grauburgunder oder was auch immer, dass man einfach sich verdient hat und dass man sich nach Feierabend zugute führt. Da ist es dann auch so, der Alkohol gibt dir natürlich dann auch entsprechend einen Belohnaspekt oder bringt dich dann in entsprechender Stimmung, wie das beim Zucker genauso ist. Das sind ja auch Süchte, wenn man so will. Das, was man täglich braucht, bezeichne ich schon als Sucht. Das kann eine positive Sucht sein, aber es kann auch eine negative sein. Vor allem ist es dann eine Sucht, wenn man das weglässt und dann Begleit- oder Symptomerscheinungen hat. Wie jetzt in meinem Fall, wo ich die Ernährung umgestellt habe, war das ähnlich wie bei dir, aber nicht so lang dafür mit starken Kopfschmerzen verbunden. Und dieses ständige Verlangen, nach irgendwas jetzt zu essen, was einen befriedigt, was davor befriedigt hat, wie jetzt der Donut oder wie jetzt ein belegtes Brot oder dergleichen. Dieses Verlangen, was der Körper danach schreit, wie jetzt auch das Abendbier bei manchen, wo sie sagen, okay, ich brauche das zur Entspannung, die das dann weglassen und merken, ich kann nachher nicht gut einschlafen, obwohl der Schlaf dann natürlich auch nicht suboptimal ist. Die merken dann auch, ich trinke dann wieder ein Bier, ich trinke wieder einen Wein und mir geht es doch gut. Also fehlt ja meinem Körper was. Und das ist ja auch der springende Punkt. Man muss über diesen Punkt rübergehen, dann auch mal eine Zeit lang alles weglassen. Diese Kopfschmerzen oder diese innere Unruhe, vor allem bei mir die innere Unruhe, weil das war davor auch ein Belohn-Aspekt. Dopaminmangel, man isst wieder was, man freut sich, man hat was Neues entdeckt im Supermarkt, was natürlich schädlich ist von den Nährwerten her. Und da muss man wirklich durch und das ist wirklich kein Spaziergang. Aber mit ein paar Tricks und Tipps, die wir vielleicht heute geben können, wird es vielleicht jetzt nicht unbedingt einfacher, aber man weiß, was auf einen zukommt und man kann sich zumindest vorbereiten. Du hast jetzt ganz oft das Wort Belohnung erwähnt und eingebaut in das, was du gerade gesagt hast. Und ich glaube, das ist auch ein sehr großes Problem, was viele Leute haben, dass sie sich mit Essen belohnen. Ich höre das ganz oft, vor allen Dingen auch bei Frauen, dass die sagen, boah, ich hatte heute so einen harten Tag, ich kann mir nichts Besseres vorstellen, als jetzt nach Hause zu kommen und meine Packung Tiramisu zu essen. Oder Mensch, das habe ich mir heute aber verdient, heute esse ich mal die ganze Tafel Schokolade. Und das kann man ja nicht nur auf Süßigkeiten beziehen, sondern auch grundsätzlich auf Essen. Also viele Leute freuen sich den ganzen Tag über, dann endlich nach Hause zu kommen und das vorbereitete Abendessen zu essen. Und diese Freude an sich ist ja auch was Gutes und was Positives, das wollen wir gar nicht schlecht reden. Aber wenn man Essen zu sehr im eigenen Kopf verknüpft mit Belohnung, kann es da auf lange Sicht auch Schwierigkeiten geben. Vor allen Dingen, wenn man das eben mit Lebensmitteln macht, die sehr zuckerhaltig sind. Denn dann rutscht man immer tiefer in diese Zuckersucht. Das ist dann irgendwann nicht mehr nur körperlich, dass man ein Verlangen nach Zucker hat, sondern eben auch ganz, ganz stark psychisch. Und das finde ich ist immer ganz, ganz schwierig, denn solche Denkmuster dann aufzubrechen, das selbst zu erkennen, ist wirklich ein ganzes Stückchen Arbeit. Das ist, wie du auch sagst, Belohnung. Also ich hatte ja auch mal mit dem Peter eine Podcast-Folge gedreht und der hat immer gesagt, belohne dich nicht mit Futter, denn du bist kein Hund. Und das sagt eigentlich schon alles aus. Wir belohnen uns oft unwissentlich. Also ich habe eine Bekannte, die hat manchmal sehr schwierige Kunden. Und die muss dann zwischendrin kurz nach oben, also sie hat ihre Wohnung oben drüber, und löffle dann aus einem gewissen Haselnuss-Creme-Glas von einer bestimmten Marke, wo ich jetzt keinen Namen sage, jeder weiß ja, um was es geht, löffle das und gehe dann wieder runter, um den ganzen Widerstand zu halten und das durchzubringen. Und da merkt man doch auch, wie der Körper dann auch schon trainiert ist, danach zu verlangen. Und eigentlich ist es ja nicht zu verniedlichen, es ist eigentlich erschreckend. Es ist einfach erschreckend. Und bei der ketogenen Ernährung ist es halt für mich, wenn man dann mal dann richtig drin ist, richtig den Übergang geschafft hat, eine absolute Befreiung, eine stressarme Ernährung, weil ich dieses ständige Verlangen nach etwas oder das Belohnen nach etwas nicht mehr habe, wenn man das geschafft hat, durchzustehen. Und das Ziel oder das Ergebnis davon ist unschlagbar und es gibt nichts Besseres. Man ist einfach ruhiger. So nenne ich es immer. Ich hatte ja jetzt auch ein paar Tage Ketopause, weil ich im Urlaub war. Und ich sage euch eins, es ist nicht schön, wenn sich alle Gedanken die ganze Zeit um Essen drehen, weil man einfach hungrig ist die ganze Zeit über. Das habe ich, wenn ich in der Ketose bin, überhaupt nicht. Denn da esse ich einfach meine Mahlzeiten, weil ich die Nährstoffe haben will, weil ich es genießen möchte, weil ich die Energie brauche für den Tag. Und danach habe ich ganz lange Zeit erstmal Ruhe von dieser Thematik. Und wenn ich mich eben nicht ketogen ernähre, dann esse ich, habe nach einer Stunde wieder Hunger und dann esse ich wieder und dann habe ich wieder Hunger. Und alles dreht sich um dieses Thema Essen. Der ganze Tagesablauf dreht sich ja dann darum. Ich fand das unglaublich nervig. Das liegt aber einfach daran, dass ich eben Ketose kenne. Und viele Leute, die dieses Gefühl noch nie hatten, die Ketose noch nie gespürt haben, die empfinden das ja als ganz normal, mit diesem ständigen Hunger rumzulaufen, mit diesem ständigen Verlangen nach Essen rumzulaufen. Und auch teilweise mit dieser Aggression, die ja viele auch verspüren, wenn sie dann nicht rechtzeitig an ihren Zucker gelangen. Da kommt dieses Wort Nervennahrung auch direkt in den Kopf. Da hatte ich früher auch ganz viele Arbeitskollegen. Ich war ja lange Zeit auch im Büro tätig. Da wusste ich schon, oh, es ist jetzt zwei Uhr, diese Bille, die braucht jetzt wieder ihre Nervennahrung. Sonst wird es hier gleich nicht mehr schön im Büro. Dann gibt es hier nicht mehr so angenehme Stimmung und Atmosphäre. Und das haben Leute sich ja selbst quasi antrainiert mit dieser Nervennahrung. Ich kenne das von mir aus der Berufsschulzeit noch. Also ich bin nie außer Haus gegangen mit sieben oder acht belegten Brötchen. Ich habe das einfach gebraucht. Ich habe auch während dem Unterricht essen müssen. In der Pause hat man ja dann auch geraucht. Da hat man keine Zeit zum Essen. Ich musste ja auch oftmals dann den Unterricht vor der Tür verbringen. War ganz praktisch, konnte man in Ruhe essen. Aber du merkst ja, was ich damit sagen möchte. Also ich musste immer irgendwo was zum Essen mit dabei haben. Oder schwierig war auch für mich bei der Umstellung dann, wie auch beim Nichtrauchen, genau das Gleiche. Du hast aufgehört mit Rauchen. Du musst dich von den Rauchern einfach fernhalten. Da kommst du an einen gewissen Punkt irgendwann, wo du das nicht mehr riechen kannst, weil es dich einfach schon, ich wirklich sage ich, anekelt. Bei Zuckerentzug ist es dann nochmal ein bisschen anders. Also du hast es dann geschafft, da durchzukommen. Dann läufst du bei einem Bäcker vorbei und die blasen dann dir auch noch diese Duftwolken da raus. Oder im Supermarkt hast du ja auch viel mit Aromenverteilungen zu tun, wo dich dann triggern sollen, dass du mehr kaufst. Also das ist schon schwierig. Da muss man dann schon ein bisschen an sich arbeiten oder vielleicht versuchen einzukaufen, dass man nicht jetzt alle zwei Tage geht, wie ich es jetzt zum Beispiel, sondern vorzuplanen ist dann wirklich schon stressarm. Ja, ich denke, man muss hier auch wirklich mal erwähnen, es ist wirklich schwer in Deutschland mit unserer Kultur, die wir einfach haben, dieses Kaffee und Kuchen. Wir haben so viele Bäckereien an jeder Ecke. Wie du schon sagtest, diese Gerüche steigen einem in die Nase. Ich kenne das noch aus der Schule damals. Immer wenn Geld gesammelt werden sollte, gab es dann wieder so einen Waffelstand. Irgendeine Klasse hat sich drum gekümmert. Das ist ja einfach marketingmäßig gesehen so ein guter Schachzug, weil die ganze Schule riecht nach diesem Waffelteig. Da läuft einem schon das Wasser im Mund zusammen. Dann haben wir einen Haufen gesüßter Getränke überall. Das ist ja auch ein Problem, was viele Leute haben. Die können kein normales Wasser trinken. Die können nur diese ganzen gezuckerten Limonaden oder auch Fruchtsäfte trinken. Und das ist einfach, wenn du das vom Kind auf so kennengelernt hast, super schwierig, diese Verhaltensmuster aufzubrechen und die abzulegen. Deshalb muss ich auch wirklich sagen, mindestens drei Wochen Zuckerentzug muss sein, damit es dir besser geht. Ja, also bei mir hat es sogar ein bisschen länger gedauert als drei Wochen. Aber danach hatte ich das Gefühl, ich habe letztens in einem Podcast schon mal diesen Vergleich mit der Dunstabzugshaube gebracht. In dieser Zuckersucht hatte ich die ganze Zeit das Gefühl, dass um mich herum alles am Rauschen ist, dass alles laut ist, dass ich diese Unruhe hatte. Ich hatte die ganze Zeit dieses Verlangen nach Zucker, nach Kohlenhydraten. An sich einfach ein ganz, ganz unangenehmes Gefühl. Und als ich dann diesen Punkt quasi überwunden habe, als ich über diese letzte Stufe quasi drüber gegangen bin und diese knapp drei Wochen durchgehalten habe, ohne Zucker war das so, als hätte jemand auf einmal die Dunstabzugshaube ausgeschaltet. Dieses Rauschen war weg. Meine Gedanken waren sehr viel klarer. Mir ging es allgemein körperlich auch sehr, sehr viel besser. Und das Interessante war, diese Gedanken haben aufgehört. Also ab dem Punkt war es mir egal. Du konntest jetzt vor mir sitzen, ein Stück Torte essen. Das hat mich nicht interessiert. Ich konnte auch diese ganzen Gerüche wieder normal wahrnehmen, ohne dass ich da schon wieder am Zittern war, weil ich jetzt unbedingt so ein Teilchen brauche oder so eine Waffel oder weiß ich nicht, auch Pommes ist ja auch so ein Geruch, den viele lieben. Das war dann plötzlich weg. Ja, das ist auch ein sehr guter Vergleich mit der Dunstabzugshaube, weil man kommt dann auch zur Ruhe, weil der Körper lernt dann einfach auch anzuerkennen, ich brauche das nicht. Und das gibt dir diese Ruhe dann auch entsprechend. Und der Körper ist nicht beschäftigt damit, wo kommt jetzt wieder als nächstes Nahrung her, weil ich wieder Nahrung brauche. Und das ist auch das Spannende, wenn man das mal durch das Tal des Zuckerentzugs geschafft hat, dann wird das alles entspannt. Und dann triggert das auch nicht, wenn neben dir jemand dann, ja, ich nenne es jetzt in meinem Fall, ein Salamibrot ist. Ich glaube, da können wir gleich den ersten Tipp bringen, weil ich habe auch lernen dürfen, dass es keinen Sinn macht, wenn man eine Zuckersucht hat, den Zucker auszutauschen mit Flavor oder gesüßten Mittelchen oder Zuckerersatz in jeglicher Form. Da gibt es ja verschiedene mittlerweile. Weil das hätte mich und hat mich dann auch nach wie vor getriggert, weil es schmeckt nach wie vor süß. Und das Verlangen ist dann aber nicht weniger geworden. Ich habe das auch bei einer Bekannten erlebt, die hatte zuvor eine starke Zuckersucht, ist dann übergegangen in Zuckerersatz in jeglicher Form, auch in Getränken, also diese klassischen Süßungsmittelgetränke in jeglicher Markenform gibt es ja überall. Auch nicht das klassische Wasser getrunken, wie man sehr oft kennt. Manche Leute haben ja auch wirklich panische Angst vor Wasser. Auch da kann man Flavor reinbringen in natürlicher Form wie Minze, Zitrone oder Ingwer zum Beispiel. Das muss ja nicht alles langweilig schmecken. Da habe ich aber auch bei ihr, wie auch bei mir gemerkt, wenn du da einen Übergang nicht clean machst, sondern übergehst zu Zuckerersatzprodukten, dann ist danach, wenn du dann mal sagst, ich möchte wirklich gar nichts davon haben, extrem schwer. Deswegen ist es aus meiner Sicht besser, alles zu eliminieren, ob jetzt Zuckerersatz oder Aromapulver oder sonst was weglassen, weil das hat einen riesen, riesen Vorteil. Man lernt wieder, die Lebensmittel richtig zu schmecken, zu riechen und zu genießen. Und so ist es auch oft bei Leuten, wo wir mit dem Rauchen aufgehört haben, die entwickeln wieder ganz andere Geschmacksknospen, wo es dann immer heißt, man nimmt dann zu nach dem Rauchen. Ja, es ist nicht endlich so. Klar, es schmeckt intensiver, aber oft ist es doch so, die eine Sucht wird verlagert zu einer anderen Sucht. Also ist es dann, man muss dann schon aufpassen. Also nur mit dem Rauchen aufhören, heißt nicht gleich, man nimmt dann zu. Ich würde einfach den ersten Tipp mal so reinbringen, Zuckerersatz weglassen, alles clean und alles mal auf Reset und auf Null zu fahren. Was meinst du dazu, Anna? Es ist ja zwei Sachen gesagt, die ich super interessant finde, denn ich dachte tatsächlich lange Zeit, dass das nur bei mir so wäre, denn ich habe mich ja auch informiert über das Thema Zuckersucht und tatsächlich raten leider sehr viele Leute dazu, Zucker durch Zuckerersatz zu ersetzen. Ja, das wird wirklich so als Tipp rausgegeben und ich habe das anfangs dann natürlich auch so gemacht, weil ich auch dachte, dass das eine gute Alternative ist. Ja, also dann jedes normale Dessert, was ich essen würde, habe ich dann durch ein Keto-Dessert ersetzt und das hat dann bei mir auch ganz schnell dazu geführt, dass ich immer wieder die ketogene Ernährung abgebrochen habe, genau weil das Verlangen nach Zucker wieder so groß war, dass ich nicht widerstehen konnte. Jetzt kann man sagen, okay, das ist ein Mindset-Problem, du hattest einfach nicht die Kraft, das vernünftig durchzuführen. Ja, aber ich denke wirklich, dass es bei mir an den Zuckerersatzprodukten lag und ich habe dann auch ein Video dazu hochgeladen auf TikTok und habe da sehr viel Zuspruch bekommen und da haben auch ganz viele aus meiner Community kommentiert, dass es bei ihnen genauso war und erst als sie dann diesen Zuckerersatz weggelassen haben für mehrere Wochen, dass sie dann auch besser mit dieser Übergangsphase zurechtkamen und dann am Ende viel mehr Erfolg hatten und auch diese Ernährungsformen länger durchziehen konnten, weil das Verlangen nach Zucker einfach verschwunden ist. Und die zweite Sache, die du angesprochen hast, sind einmal die Geschmacksnerven, dass die sich da verändern, dass man einfach Geschmäcker ganz anders wahrnimmt. Also wenn ich jetzt etwas esse, wo ganz normaler Industriezucker drin ist, es ist ungenießbar. Ich kann das nicht schon dieses, ich brauche das nicht mal kauen. Selbst wenn ich das nur auf meine Zunge lege, es ist unglaublich unangenehm, wie extrem süß das schmeckt. Aber früher war es ja ganz normal für mich, solche Sachen zu konsumieren. Es war auch normal, eine ganze Tafel Schokolade zu essen. Jetzt, ich kann maximal ein, zwei Stücke Schokolade essen und dann ist es aber auch wirklich zu viel. Es geht schon ins Unangenehme. Man kann es einfach nicht mehr genießen. Man kann das gut vergleichen mit einer selbstgemachten Marmelade, wo jetzt wirklich nur ein pflanzliches Bindemittel drin ist, dann nur die Himbeeren oder Erdbeeren, gerade wenn Ernstes jetzt so ist, dann sind die von Grund auf schon süß genug. Und wenn man mal wirklich eine Zeit lang geschafft hat, den Zucker komplett zu streichen, die Kohlenhydrate auf ein Minimum zu bringen, wie es in der ketogenen Ernährung ja auch so ist, und dann isst du diese selbstgemachte Marmelade, dann sagst du, die schmeckt richtig süß. Und wenn du dann jetzt eine, ich sag jetzt mal, eine Mainstream-Marmelade essen würdest, wenn auch mit 30% Zucker reduziert, das macht aber auch der Kohlen den Kohlen nicht fett, ja, wenn du das dann essen würdest, dann wäre das eigentlich nur vorrangig süß. Aber der Geschmack kommt erst so am Schluss. Das ist oft, wenn man was Scharfes isst, ist es ja einfach nur noch scharf und dort ist es einfach nur noch süß. Ich schmecke dann keine Erdbeeren, Himbeeren oder Waldfrüchte raus. Da ist der Zucker so, hat so eine Dominanz, beziehungsweise die Kohlenhydrate natürlich, wo ich dann sage, das schmeckt mir einfach nicht. Ich bin es auch dann in dem Fall nicht mehr gewohnt. Ich will es jetzt nicht wieder mit Rauchen vergleichen, aber wenn du jetzt dann wirklich, du hast es geschafft, mal eine Zeit lang nicht zu rauchen, wenn du da eine rauchst, das schmeckt ja auch scheußlich. Dann muss man sich ja wirklich fragen, ja, will ich denn das? Oder warum habe ich es denn überhaupt gemacht? Natürlich wollen wir ja nicht die Moralapostel spielen und wir beide wechseln ja auch Keto-Cycling mit Low-Carb oder auch mal High-Carb ab. Aber es geht ja auch die Summe über das Jahr verteilt, wie man was in welchem Verhältnis sieht. Natürlich wechsle ich auch zu der konventionellen Mainstream-Ernährung, wenn ich es jetzt mal so sagen darf, was der durchschnittliche Deutsche so als Mainstream bezeichnet. Und es tut mir dann selber am Anfang vielleicht gut, weil ich die Belohnung dann habe, was ich dann Zeit lang nicht essen konnte. Der Nebeneffekt dann danach, dieses vermeintliche Vergnügen ist ja nur kurzfristig und nicht langfristig gesehen. Ich brauche ja dann wieder ständig neuen Nachschub, neue Belohnung. Und dann ist es für mich auch wie ein erzieherischer Aspekt für mich, dass ich sage, okay, ich möchte wieder übergehen und dann freue ich mich auch übergehenderweise zu der Ketogen-Ernährung zu kommen. Ich finde es auch schön, dass wir da beide gleiche Ansichten haben, denn ich bin auch der Meinung, an sich spricht jetzt nicht viel gegen Zuckerersatzprodukte, allerdings ist es so, dass du die wirklich am Anfang für einen gewissen Zeitraum weglassen solltest. Es ist nicht so, dass ich niemals Erythrit zu mir nehme oder auch mal Stevia oder die Kombi aus beidem. Ich esse auch mal Keto-Desserts. Es ist nicht so, dass ich komplett auf alles verzichte. Was wir aber meinen, ist, dass man das in der Anfangsphase wirklich für einige Zeit einfach mal komplett rauslassen sollte. Einfach um auch zu gucken, ist die ketogene Ernährung überhaupt etwas für mich? Und danach, wenn man sich auch selber ein bisschen mehr auskennt mit den Lebensmitteln, wenn man diese Ernährungsform etwas länger durchgeführt hat, kann man immer noch sagen, okay, ich nehme jetzt auch ein bisschen Geld in die Hand und kaufe mir auch mal solche Sachen. Denn ich bin auch der Meinung, Leute geben anfangs viel zu viel Geld aus, investieren da in irgendwelche speziellen Keteprodukte, ohne überhaupt zu wissen, ob die mit dieser Ernährungsform klarkommen oder nicht. Allein deshalb würde ich schon sagen, lass das alles am Anfang mal weg, denn das geht auch tatsächlich alles so ein bisschen ins Geld. Das ist ja auch ein Kritikpunkt, den viele immer bringen. Wenn man sagt, ich ernähre mich ketogen, dann heißt es immer direkt, Gott, das ist ja so teuer. Wie viel zahlst du denn monatlich dafür? Es muss nicht teuer sein, wenn man es sich nicht teuer macht. Das ist die eine Sache. Der zweite Punkt oder der zweite Tipp, den ich jetzt gerne anbringen würde, wäre, dass man, bevor man beginnt mit dieser ketogenen Ernährung und somit ja auch raus aus der Zuckersucht geht oder diesen Weg antritt, man sollte tatsächlich die Küche mal aussortieren. Das ist schwer für Leute, die zum Beispiel Kinder haben oder in einer Partnerschaft sind und der Partner macht da nicht mit, weil dem darf man ja jetzt nicht verbieten, diese ganzen Süßigkeiten weiterhin zu Hause zu haben, die Nudeln weiterhin zu Hause zu haben. Da ist es ein bisschen schwierig. Aber wenn du zum Beispiel alleinstehend bist oder eben dein Partner mitmacht, kann man sehr gut gemeinsam mal die Küche aussortieren, also Kühlschrank aussortieren, Vorratskammer aussortieren, wirklich mal auch die letzte Packung Nudeln zur Seite legen. Und es ist auch nicht so, dass die Sachen dann verschwendet sind. Man kann die super gut entweder vorher aufbrauchen komplett oder man sagt, ich verschenke das an Familie und Freunde. Ich zum Beispiel habe es so gemacht, ich habe dann einfach alle Sachen aussortiert, habe dann geguckt, okay, was könnte man daraus zubereiten. Dann habe ich einfach eine Party geschmissen. Also ich habe ein paar Leute eingeladen, wo ich wusste, die essen diese ganzen Sachen auch gerne. Und dann war das mit einem Mal quasi alles aufgebraucht. Die restlichen Sachen habe ich dann auch mitgegeben den Leuten. Und dann war gut, dann wusste ich zumindest, ich habe jetzt nur noch Sachen zu Hause, die ich auch wirklich essen kann. Denn man glaubt nicht, wie stark diese Sucht sein kann und wie schnell man dann doch die letzte Packung Nudeln aus dem letzten Schränkchen in der Küche rauskramt und sich die zubereitet, weil das Verlangen einfach zu groß ist. Deshalb bitte wirklich im Vorfeld Küche aussortieren. Dann fällt es sehr, sehr viel leichter. Man kann auch einfach, wenn man Freunde eingeladen hat, was weiter verschenken. Manchmal passt ja auch der Zeitraum, wenn man wo eingeladen ist, dann kann man sagen, du, ich habe meine Ernährung umgestellt. Ich habe hier noch ein paar Lebensmittel übrig, die sind alle original verpackt. Das ist ja auch völlig in Ordnung, wenn man wo was mitbringt und dann einfach auch sagt, verwehrt das bitte, weil ich werde in der nächsten Zeit das nicht essen wollen, können oder dürfen. Und wegwerfen, da sind wir weit weg davon. Das philosophieren wir nicht. Wegwerfgesellschaft gibt es Genüge und es gibt genug Leid auf der Welt, wo nichts oder sehr wenig zum Essen haben. Also da muss man schon auch dann seinen gesunden Menschenverstand einsetzen und zu gucken, kann ich was in Vorratshaltung machen, kann ich was verschenken, kann ich jemanden geben, wo er vielleicht weniger hat, dann auch entsprechend die Versuchung nicht in der Nähe zu haben. Das ist ja der springende Punkt, weil wenn man alleinstehend ist, wie du jetzt vorher gesagt hast, ist es manchmal ganz einfach. Aber wenn man jetzt einen Partner hat, wo halt Koh-Nitrat adaptiert ist und seine Nudeln, Kartoffeln, Reis oder dergleichen braucht, da ist es ja oft so, man kann ja trotzdem gleich kochen. Also man lässt halt dann die Beilagen von dem Partner dann weg und nimmt dann alternative Beilagen. Das heißt ja nicht, dass man immer separat kochen muss. Es gibt auch Mittel und Wege, wie man zusammenfinden kann. Aber nichts ist schwieriger, wenn man Kinder hat, die ja natürlich Süßigkeiten haben wollen und ihre Pommes oder Kartoffelecken oder dergleichen aus Deck Red, zum Beispiel aus einer Heißluftfritteuse, gibt es da ganz tolle Dinge. Aber die hat auch zwei Fächer, da kann man sich ein eigenes Fach zu Genüge fügen und was anders machen. Man braucht halt einen eisernen Willen, aber das brauchst du bei der Kindererziehung mit Sicherheit auch. Also demnach kann man auch sich selber erziehen und das wird bestimmt funktionieren. Ich kann das jetzt ja einfach sagen, ich habe keine Kinder von dem her. Gebe ich einfach mal, sage ich mal so, das wird bestimmt ganz einfach sein. Aber was man damit ja einfach sagen möchte, ist, man hat sich ja selber bewusst für den Weg einfach entschieden. Es hat ja niemand eingezwungen, außer der Arzt sagt jetzt, jetzt wird es aber dann allerhöchste Eisenbahn. Dann ist es ja so, der verordnet einem ja nicht die Ernährungsform. Ich sehe das als Investition, weil ich sage einfach, das ist ein Reset für meinen Körper. Das ist wie, wenn ich meinen Computer nochmal neu starte, weil er sich aufgehängt hat, weil so viele Tabs offen sind oder was auch immer. Ist es manchmal gut, wenn man sein Betriebssystem einfach mal runterfährt und nochmal neu startet. Und da kann man dann wie eine Formatierung von der Festplatte sehen oder wie ein Virenscanner, wo es sagt, ja, da müssen wir mal ein bisschen aufräumen. Und dann kann man, wenn man das so sieht, vielleicht auch sagen, okay, das ist für einen gewissen Zeitraum, ich probiere das jetzt einfach mal aus, für sechs, sieben Wochen das durchzuziehen. Da geht ja die Welt nicht unter. Man kann ja das auch planen, dass es passt. Es muss ja nicht jetzt kurz vor der Hochzeit, es muss jetzt nicht kurz vor dem Urlaub sein, nicht kurz vor der Einschulung. Da gibt es ja diese Schultüten da. Gab es zumindest bei mir. Ich weiß nicht, wie es heute noch ist. Heute schenkt man sich wahrscheinlich ein Handy oder so. Aber man kann ja das so planen, dass es dann auch in seinem Zyklus passt. Das wäre auch ein Tipp, dass man nicht von direkt ins kalte Wasser springt, sondern einfach sagt, gut, das ist ein guter Zeitpunkt, da passt die Vorbereitung, da kann ich was herschenken, kann ich noch was kochen, Freunde einladen. Da findet man auf jeden Fall einen Weg, den richtigen Zeitpunkt zu finden. Aber anfangen wäre auf jeden Fall ein guter Zeitpunkt. Es ist ja eben auch der ganze Vorteil von diesem Keto-Fasten, was ich ja so toll finde, dass man eben eine zeitliche Beschränkung hat. Ja, also keiner von uns setzt sich hier hin und will dir jetzt sagen, ey, das musst du jetzt für immer machen. Also du kannst nie wieder Zucker essen. Du darfst nie wieder Pommes essen. Das ist ja Schwachsinn. Das ist auch total realitätsfern, finde ich. Ich finde auch ganz stark, dass in dieser Keto-Bubble viele Leute auch sind, die zu radikal sind. Ich denke, dass Timo und ich ein bisschen so diesen, wir sind so ein bisschen der Gegenwind, will ich es mal nennen. Denn man muss ja wirklich auch mal ein bisschen Empathie zeigen. Man muss auch verstehen, dass Leute vielleicht nicht für immer so leben möchten. Es gibt tatsächlich Leute, die sind angewiesen auf Ketose. Das hat dann medizinische Gründe. Das ist die eine Sache. Aber wir reden ja hier für die breite Masse, also für Leute, die einfach mal Ketose erleben möchten. Und da ist es wirklich aus unserer Sicht überhaupt nicht nötig, das für immer zu machen. Und das ist ja auch das Schöne. Man kann sich dann hinsetzen und sagen, oh, hier im Kalender wird mir so eine Keto-Phase ganz gut passen. Da habe ich nicht so viel Stress. Da würde ich das gerne mal einbauen. Und dann weiß man auch, ich mache das jetzt für eine Zeit lang. Und danach kann ich mir vielleicht auch mal wieder ein Stückchen Torte gönnen. Oder die Pommes. Je nachdem, was man da halt gerne isst. Und dann kann man immer noch entscheiden. Vielleicht macht man mehrmals im Jahr so eine Keto-Phase. Also macht dieses Keto-Fasten. Oder man macht es nur einmal im Jahr. Das ist jedem selbst überlassen. Denn wir sind uns auch beide bewusst, sowohl Timo als auch ich, dass wir alle ein bisschen unterschiedlich sind. Nicht jeder ist gleich. Nicht jeder möchte die gleichen Sachen machen. Und nicht jeder ist auch offen genug, dass man jetzt sagt, okay, wir geben dir jetzt Informationen und wir sind jetzt hier der große Guru und du musst jetzt auf uns hören und das machen, was wir sagen. Und am besten auch für immer. So funktioniert das Ganze nicht. Ich glaube auch, dass wir ja sehr kooperativ sind und sehr loyal und auch neutral bei gewissen Dingen. Wo ich aber halt meine Probleme habe, dass es wirklich im Netz ziemlich viele Halbwahrheiten unterwegs sind. Wo dann auch empfohlen wird, zum Beispiel, also das Krasseste, was ich jetzt gehört habe, zum Beispiel, wenn jemand 1,70 Meter groß ist, also 170 Zentimeter, soll man minus 100 machen und dann soll die Person nur 70 Gramm Fett pro Tag essen oder nur entsprechend das Protein von der trockenen Muskelmasse zu rechnen. Wir sind hier nicht in einem Rechenexempel und wir sind nicht bei einem Dreisatz und es muss nicht alles so kompliziert sein. Wenn man Keto richtig macht, Keto richtig versteht in Form eines Fastenprogramms, dann geht es ja auch nicht vorrangig darum, um dieses omnipräsente Thema Gewichtsreduzierung. Weil was passiert dann, wenn du nur deine Gewichtsreduzierung im Fokus hast? Du nimmst für eine gewisse Zeit ab, was bei Keto mit Sicherheit auch ein Aspekt sein kann, aber für mich nicht der Hauptgrund ist. Und was passiert dann danach, wenn du sagst, ich habe jetzt eine Hochzeit in zwei Monaten und dann ist das Ziel danach? Fragezeichen. Also ist es ja für mich so, das ist ein zyklisches Ernährungskonzept, das Fasten, wo ich dann hin und wieder integrieren kann, wo ich genau weiß, das tut mir gut und nicht jedem kann das zum Beispiel auch gut tun. Manche kommen vielleicht damit nicht klar. Das kann natürlich auch sein. Man will ja auch nicht sagen, das ist eine Ernährungsform für alle. Man muss es aber auf jeden Fall mal probieren. Fasten ist ja nicht so weitläufig, also ist dann schon ein Begriff, wo er sehr weitläufig gefächert ist. Die einen verbinden das mit Intervallfasten, die anderen jetzt zum Beispiel, die essen nur Suppen, manche gehen in eine Kur, fasten dann auch, kommen dann glücklich zurück und nach einer Woche sind sie schwerer wie zuvor. Es gibt ja verschiedene Mittel und Wege, wie man fasten kann. Aber diese Halbwahrheiten, das ist auch ein heutiges Problem von der Gesellschaft. Man lässt sich sehr schnell irritieren, man bleibt nicht so gern bei der Sache dran und hört dann eine andere Meinung, weil man merkt, okay, ich nehme jetzt nicht so schnell ab, vielleicht liegt es an dem und dem. Man informiert sich und das Netz ist halt voll von Informationen. Wir sind ja nicht diejenigen, die sagen, nur so läuft es, aber wir wissen, wie es läuft und wie es laufen kann, dass es läuft. Und da ist es dann ganz gut, auch ein Vertrauen zu haben und ich glaube, dass wir entsprechendes Wissen auch gut vermitteln können und dass diese Podcasts wie in dieser Form jetzt raus aus der Zugersucht auch helfen können, sich Informationen auf adäquate Art und Weise zu beschaffen, wo man weiß, woher kommt es und wer sind denn die zwei überhaupt? Ja, vor allen Dingen ist meine Frage auch immer, was heißt denn Keto richtig machen? Denn im Grunde genommen ist ja jeder, der Inhalte hochlädt, überzeugt davon, dass er es richtig macht. Sonst würde er diese Inhalte ja nicht teilen. Meine Meinung ist aber, viele Wege führen nach Rom. Es gibt tatsächlich verschiedene Ansätze in Bezug auf ketogene Ernährung, die alle funktionieren können. Manche davon finde ich nicht gut, sage ich ganz klar, finde ich, sind zu streng, zu radikal oder gehen zu stark in die ungesunde Richtung. Wie gesagt, ist meine persönliche Meinung. Und dann gibt es ein paar Wege, wo ich sage, okay, damit bin ich einverstanden. Das würde ich auch so machen. Hier würde ich vielleicht noch ein bisschen anpassen. Also es gibt einfach verschiedene Wege und im Endeffekt muss auch jeder von euch Zuschauern beziehungsweise Zuhörern entscheiden, auf wen höre ich denn jetzt. Ja, und da spielt Sympathie bestimmt auch immer eine große Rolle, aber man muss auch ein bisschen Selbstinitiative zeigen und auch ein bisschen selbst recherchieren, um dann am Ende zu einem Ergebnis zu kommen, was für einen selbst passt. Was wir einfach nur sagen möchten ist, passt ein bisschen auf, wem ihr Vertrauen schenkt in dieser Mediasphäre. Denn nicht jeder ist da auch so informiert, wie er eigentlich sein sollte. Aber weiter mit dem Thema Zuckersucht. Ein weiterer Tipp wäre tatsächlich, sich einen Zeitraum auszusuchen, der für einen passt, also der ins persönliche Leben passt, um so eine Ernährungsumstellung anzugehen und damit eben auch diese Zuckersucht anzugehen, die zu besiegen. Denn das ist immer mit sehr viel Stress verbunden. Das unterschätzen ja total viele Leute und sagen dann, ich bin jetzt motiviert, ich will jetzt beginnen, sofort und wollen dann ab morgen direkt einsteigen. Das Problem ist einfach, wenn du das machst, mitten in deiner Klausurphase, mitten, wenn zwei deiner Kinder Geburtstag haben und du super viel geplant hast für die, mitten vor der Abgabe von irgendeinem wichtigen Projekt auf deiner Arbeit und und und, es gibt ja super viele Stressfaktoren, dann kann ich dir sagen, dass du mit sehr großer Wahrscheinlichkeit scheitern wirst. Im besten Fall machst du das einfach in der Phase, wo relativ wenig los ist und wo du auch wenige soziale Termine hast, nenne ich es jetzt mal so ganz schön ausgedrückt, denn du kannst dich darauf vorbereiten, dass Mitmenschen dich nicht verstehen werden. Ja, die werden immer wieder gegen das, was du gerade tust, argumentieren und das ist auch wieder ein sehr, sehr großer Stressfaktor. Also jetzt habe ich eigentlich schon zwei Tipps mit eingebaut. Zum einen einen ruhigen Zeitpunkt aussuchen, um zu beginnen mit dieser ketogenen Ernährung. Wir haben ja das große Glück, dass wir alle einen freien Willen haben. Also selbst wenn ich dir jetzt sage, im Juni bitte beginnen, heißt das nicht, dass du das machen musst. Also du kannst das immer an dein eigenes Leben und an deine Umstände anpassen. Und der zweite Punkt ist soziale Isolation, würde ich schon fast sagen, denn es hilft wirklich, wenn man sich in dieser Umstellungsphase ein klein wenig zurückzieht. Heißt jetzt nicht, dass du Kontakt abbrechen musst zu allen Leuten um Gottes Willen, aber so ein bisschen gucken, dass du da nicht zu viele Termine drin hast, große Feiern, sowas wie Weihnachtsfeier, Geburtstage, Hochzeiten und so weiter. Denn die Leute werden auch ganz stark drauf rumpicken, dass du jetzt nicht die Torte isst, dass du jetzt nicht das Pizzastück isst und die werden sehr viele Fragen stellen und ich glaube, dass viele Leute einfach das nervlich nicht durchhalten können. Das war bei mir zumindest so. Also ich weiß nicht, ob ich das jetzt zu stark auf mich beziehe, aber für mich war das tatsächlich sehr schwer, ständig in diesem Gefühl zu sein, dass ich jetzt argumentieren muss für das, was ich hier mache. Das kannst du gut vergleichen, zum Beispiel, wenn du keinen Alkohol trinkst und dich davor in der Gesellschaft bewegt hast, wo das aber ganz normal ist, also gesellschaftsfähig, was bei Alkohol ja wirklich so ist. Und jetzt hast du immer dein Bier mitgetrunken und jetzt stellst du deine Ernährung um, dann ist das Thema passé oder du trinkst von Haus aus einfach jetzt eine gewisse Zeit keinen Alkohol, dann musst du immer argumentieren. Warum, wieso? Als Frau ist es ja dann oft so, dann wird es gleich, heißt dann gleich, bist du schwanger oder isst sonst irgendwas. Ja, warum und wieso? Und ich verstehe das Ganze nicht, wenn man doch sagt, man möchte nichts trinken, muss man das doch auch so akzeptieren, wie das ist. Und so ist es bei der Ernährung, wenn du jetzt keine Kohlenhydrate essen möchtest, da äckst du dann, sage ich jetzt einfach mal, noch mehr an, weil das Essen ist ja wie ein gemeinschaftlicher Aspekt. Man isst zusammen, man macht zusammen was, man geht zusammen wo, in ein Restaurant, man isst zusammen bei Freunden und jetzt fängst du an, diese Routine zu durchbrechen. Und das ist nämlich auch, da brauchst du Rückgrat, da musst du planen können, weil von jetzt auf nachher einfach zu sagen, so ich starte jetzt ohne Planung ist wirklich keine gute Idee, weil man muss dann auch planen, was nehme ich dann zum Essen mit zum Beispiel, was kann ich beisteuern, dass ich das weiterhin durchziehen kann. Und ich glaube, das ist eines der letzten Punkte, wo wir vielleicht noch sprechen können, das Mindset, das, was man verinnerlicht hat, vielleicht auch, das klingt immer so spirituell, aber wenn ich doch Ziele habe, dann kann ich mir die notieren und ich kann mir die zum Beispiel jeden Morgen, wenn ich ausstehe, nochmal durchlesen, dass ich weiß, das ist mein Ziel, das will ich vor Augen halten, das will ich nicht aus den Augen verlieren. Und das Mindset, das ist nämlich auch entscheidend, damit meine ich auch, Rückgrat zu haben, zu sagen, nein, ich ernähre mich so, akzeptiere das und es ist ja auch mein Körper, ich habe mich für mich so entschieden und manchmal hilft es und da haben ja beide einer ja auch entsprechend was vorbereitet, wo wir gleich sagen können, manchmal hilft es auch, der eine oder andere ist weniger geeignet für, aber so eine Hypnose einfach anzuhören, wo man das auch nochmal verinnerlichen kann, weil das hilft auch zu verstehen, warum möchte ich das so machen und wenn man das anhört und jetzt auch einschlafen sollte, bei mir sind schon ein paar eingeschlafen, geht es ins Unterbewusstsein dennoch rein und das kann bei täglichem Anhören dann auch dazu helfen, sein Mindset zu festigen und das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, weil es oft Kopfsache ist. Ja, total und vor allen Dingen kann man auch da wieder ganz viel rum experimentieren, dem einen passt vielleicht eine Hypnose, dem anderen eher eine Meditation, dem anderen eher positive Affirmationen, da kann man ganz viel rumprobieren, es gibt ja auch super viel Material, was kostenlos zur Verfügung gestellt wird, sowohl Timos Hypnose als auch meine Meditation, die ich aufgenommen habe, raus aus der Zuckersucht, sind ja auch beide kostenfrei verfügbar und ich meine, ausprobieren schadet nicht, wenn man dann am Ende sagt, das ist mir ein bisschen zu spirituell oder das passt mir einfach nicht so, dann ist es ja auch überhaupt gar kein Problem, das dann nicht mehr weiterzuführen oder das einfach dann abzuhaken, das Thema und zu sagen, gut, ich muss da was für mich finden, was zum Beispiel auch helfen kann, wenn man jetzt nicht so ein Audio-Liebhaber ist, ich weiß gar nicht, wie man das nennen soll, also wenn man einfach mit diesem Audio-Format nicht so gut klarkommt, man kann auch super sich die Sachen selber einsprechen, einfach damit man es mal laut gesagt hat, man kann die Sachen auch sehr gut aufschreiben, das habe ich zum Beispiel immer ganz oft gemacht, ich habe mir dann eine positive Affirmation rausgesucht, wo ich gesagt habe, okay, die finde ich gut, die klingt für mich gut, die klingt für mich richtig und habe die dann einfach drei, vier Mal auf ein Blatt geschrieben, dann habe ich mir die nächste rausgesucht, die auch zu mir passt, auch wieder drei, vier Mal auf ein Blatt geschrieben, das hat mir auch super gut geholfen, also da gibt es auch verschiedene Wege, einfach ein bisschen austesten, eine Erfahrung ist, dass das sehr, sehr vielen hilft, wenn die dort den richtigen Weg für sich gefunden haben, wir verlinken euch auch auf jeden Fall einmal Team Hypnose, raus aus der Zuckersucht und auch meine Meditation, dann könnt ihr das super gerne einfach mal ausprobieren, du hattest jetzt gesagt, dass wir das als letzten Tipp nennen, aber ich habe tatsächlich noch einen, und zwar würde ich wirklich darauf achten, denn die meisten Leute sind ja nun mal berufstätig, genügend Essen mitzunehmen, wenn es dann zur Arbeit geht, denn das war bei mir auch immer ein großes Problem, diese typische Mittagspause, denn man sieht ja auch die Kollegen und was die so machen und was die so essen und ja, ich bin halt so ein typischer Büroarbeiter, ich sitze da halt acht Stunden meinen Hintern platt im Büro und da sind dann die Leute immer so gewesen, sollen wir in der Mittagspause schnell zu Burger King, sollen wir schnell McDonalds, schnell mal Chicken Nuggets holen oder ganz typisch, lass mal eben zum Bäcker oder ich hole mir schnell was aus dem Supermarkt und was ist das dann, was sich da schnell geholt wird, meistens irgendein belegtes Brötchen, ganz viel Nervennahrung, haben wir ja schon drüber gesprochen, was ich von dem Wort Nervennahrung halte, da wird sich dann mit Schokolade quasi vollgestopft, um durch den Tag zu kommen und da ist es auch wirklich sehr schwer, wenn man nicht schon vorgesorgt hat und Essen mitgenommen hat, denn wenn du dich ketogen ernährst, sind deine Optionen tatsächlich limitiert, du kannst nicht so viel finden, mal eben so in dem Imbiss, was du auch essen kannst oder bei einer Fastfoodkette. Beim Bäcker findest du zum Beispiel gar nichts, was keto geeignet ist, ist ja klar, ist meistens alles aus Teig, deswegen Thema Meal Prep anschauen, gucken, womit man klarkommt, da gibt es auch wieder verschiedene Wege, es gibt Meal Prep für den Kühlschrank, das ist dann meistens nur für ein paar Tage haltbar, es gibt Meal Prep für den Gefrierschrank, passt jetzt zu vielen, aber auch nicht zu allen, denn nicht jeder hat die Möglichkeit, Essen warm zu machen auf der Arbeit und dann gibt es auch die Möglichkeit, sich mit Keto Snacks quasi so ein bisschen einzusorgen, einfach für den Fall der Fälle, also wenn dann der Hunger kommt, dass man einfach irgendwas dabei hat, was man dann snacken kann, was aber auch wirklich Keto geeignet ist. Ein paar Beispiele, zum Beispiel Oliven, habe ich sehr, sehr viel in meiner Bürozeit gegessen, fanden alle auch wieder komisch, aber war halt so, mir hat es geholfen, die haben einen guten Fettgehalt, relativ wenig Kohlenhydrate. Ansonsten habe ich mir wirklich einfach vollwertige Mahlzeiten zubereitet und die dann mitgenommen zur Arbeit. Mit Besteck, mit einem drum und dran, denn das kann man auch alles mitnehmen. Das wird mir oft gesagt, ja, weil es arbeitet ja nicht jeder im Büro, wo soll ich denn jetzt eine Gabel hernehmen? Einfach mitnehmen. Man kann sein Besteck tatsächlich mitnehmen, also früher in der Schule hat man ja auch ein Festball mitgenommen oder von den Eltern mit auf den Weg bekommen. Man hat es meistens eingetauscht mit irgendwelchen Süßigkeiten oder dergleichen und du hast ja auch das so praktiziert, dass du hin und wieder im Auto gegessen hast, weil du auch gesagt hast, ich brauche dann einfach für mich meine Zeit und will dann nicht argumentieren, diskutieren müssen, warum ich jetzt wieso und weshalb was mitgenommen habe. Ich muss mich noch zu der vorigen Sache kurz noch korrigieren. Ich habe, glaube, keine Hypnose aufgesprochen. Es ist auch eine Meditation, aber ist ja nicht schlimm. Man kann es auch als Hypnose sehen, aber es ist, glaube ich, dann doch als Meditation zu betiteln. Also haben wir beide eine Meditation davon. Wie du jetzt auch sagst, Essen mitzunehmen, das gehört nämlich auch dazu, die richtige Vorbereitung zu treffen. Zeitpunkt und Vorbereitung ist wirklich ein Thema, wo man schnell auch mal vergisst, weil man ist es nicht gewöhnt. Man geht ja dann klassischerweise zum Bäcker in die Mensa oder sonst wo. Nicht jeder hat in der Ecke irgendwo einen Metzger, wo es auf jeden Fall was Keto-geeignetes gibt, wobei ich jetzt wirklich jetzt nicht so ein Freund bin von verarbeiteten Wurstwaren, sondern ich bin eher ein Freund von Lebensmitteln, wo auch die Großmütter noch kennen, wo sie gegessen hätte. Aber so die Sachen, wo man halt anschauen kann. Du kannst jetzt nicht zum Metzger gehen und sagen, ich möchte ein Stück Fleisch, wo willst du das anbraten? Also da merkt man dann schon, Vorbereitung ist wirklich alles und vor allem spart es natürlich A, Zeit und B, spart es auch Geld, weil man kann entsprechend mehrere Portionen vorkochen und da bist du ja absolut Profi in der Sache. Und ich kenne deine Videos noch aus dem Auto raus. Nicht wahr, Anna? Ja, ich habe ganz viel zu der Zeit, wo ich im Büro gearbeitet habe, wirklich im Auto gegessen und da habe ich viele Kommentare bekommen, ach du Arme, hast du eine Sozialschwäche oder so, dass du jetzt aus dem Auto heraus bist oder im Auto bist? Nee, ich habe einfach nicht die Nerven gehabt, mich so viel zu erklären. Mittlerweile geht das aber, also keine Sorge, ich bin nicht super empfindlich. Ich komme sehr gut damit klar mittlerweile. Nur damals, ich hatte da einfach keinen Bock drauf, sagen wir es mal so, weil das sind Leute, die ich tagtäglich sehe und ich bin ein Mensch, ich kann auch mal sehr harsch antworten, nur wollte ich mir das jetzt nicht verspielen mit irgendwelchen Kollegen, die ich da halt tagtäglich sehe. Deswegen habe ich einfach oft damals im Auto gegessen. Du hast aber gerade noch eine interessante Sache gesagt, Rezepte, die schon die Oma kannte. Dazu gehört unter anderem auch Knochenbrühe, denn ein Thema bei der Zuckersucht, was auch ganz, ganz oft vernachlässigt wird, ist, dass man anfangs, vor allen Dingen in dieser Umstiegszeit, wenn man gerade beginnt mit der ketogenen Ernährung, oftmals auch einen Elektrolytmangel hat. Also es fehlen da einfach die Mineralstoffe im Körper, denn man verliert ja sehr viel Wasser am Anfang und jedes Mal, wenn man auf Toilette geht, verliert man eben auch Mineralstoffe, die werden quasi ausgeschwemmt. Das bedeutet, wenn man keine Probleme mit dem Wasserhaushalt haben möchte, sollte man unbedingt Elektrolyte einnehmen. Du kannst dir Präparate kaufen, du kannst das aber auch ganz einfach auf natürliche Art und Weise hinbekommen, indem du dir zum Beispiel eine gute Knochenbrühe zubereitest. Das ist super einfach. Leute sind immer abgeschreckt, weil die hören, das muss so lange kochen, aber bei diesem Kochprozess stehst du ja nicht die ganze Zeit am Herd. Das vergessen immer viele. Im Grunde genommen packst du die ganzen Zutaten einmal in den Topf und dann lässt du das simmern, also ganz langsam köcheln. Ich habe schon sehr, sehr viele Rezepte zum Thema Knochenbrühe hochgeladen. Da kannst du gerne vorbeischauen. Aber jetzt einfach für die Leute, die sich zum Beispiel den Podcast nur anhören, zusammengefasst, schau dich um nach einem Bauern oder nach einem guten Metzger, dem du vertraust, der Knochen in guter Qualität anbietet. Die werden nicht immer direkt an der Theke zur Schau gestellt, denn das ist leider so ein Ding in Deutschland. Leute wollen von dem Tier immer nur die guten Filetstücke und man findet immer seltener auch mal Organe oder Knochen von Tieren, weil das dann einfach weiterverkauft wird als Hundefutter. Leider ist das so, obwohl das sehr wertvoll ist, auch für uns Menschen. Das bedeutet, dass du manchmal diese Knochen vorbestellen musst. Lass dich nicht davon abschrecken, die sind eigentlich immer sehr froh, wenn sie es überhaupt verkauft bekommen. Was kann man da machen? Du kannst entweder Markknochen nehmen vom Rind, aber auch alle möglichen anderen Knochen funktionieren. Du kannst auch entweder nur die Knochen nehmen oder auch Fleisch am Knochen, das funktioniert genauso gut. Und dann kannst du die entweder vorrösten im Ofen mit ein bisschen Zwiebel, mit ein bisschen Knoblauch und dann kochen. Du kannst diesen Part aber auch skippen, wenn du sagst, es ist mir so schon alles zu aufwendig und die Knochen dann direkt in Wasser geben. Am besten nicht in Salzwasser, sondern ganz normales Wasser salzen sollte man das Ganze am Ende. Und dann einen kleinen Tropfen Apfelessig hinzufügen. Dann lösen sich einfach die ganzen guten Inhaltsstoffe aus den Knochen nochmal etwas besser. Und dann lässt du das bei sehr niedriger Temperatur köcheln. Immer wieder mal Schaum abschöpfen, wenn du eine klare Brühe am Ende haben möchtest. Kochen sollte man das um die 24 Stunden, aber viele kochen es auch länger. 48, 72 Stunden und so weiter habe ich alles schon gehört. Je nachdem, was da jetzt am besten zu dir passt. Je länger du das kochst, desto besser ist es eigentlich. Und das Ganze solltest du bei sehr, sehr niedriger Temperatur machen. Ja, also wirklich simmern lassen. Das Wasser sollte nicht kochen. Also keine Blubberbläschen, die da rauskommen. Ich musste letztens leider sehr lange erklären, wie kochendes Wasser aussieht. Also da war ich auch sehr erstaunt drüber. Ja, ich habe es jetzt gut beschrieben mit dem Blubberbläschen. Wenn da keine Blubberbläschen auftauchen, kocht dein Wasser nicht. Das haben wir jetzt auch mal geklärt. Du kannst auch gerne Gemüse hinzufügen, sowas wie Suppengrün. Passt da auch rein. Nur am Ende werden diese ganzen Vitamine und so weiter, die in diesem Gemüse drin waren, die gehen über in die Brühe und das Gemüse selbst kannst du natürlich mitessen, aber da ist dann nichts mehr drin. Die meisten entsorgen das einfach. So, und dann ist deine Knochenbrühe fertig. Du kannst dann die Knochen entfernen, gegebenenfalls das Gemüse, was drin war, entfernen. Ab dem Punkt kannst du das dann auch würzen nach Belieben. Salz, Pfeffer und so weiter kannst du dann hinzufügen. Genau, und dann hast du deine Knochenbrühe fertig und die kannst du dann ja entweder direkt trinken natürlich oder du kannst sie einfrieren. Du könntest sie auch einkochen, wenn du magst. Am besten portionieren im Vorfeld und dann hast du immer was parat und die enthält eben super viele Mineralstoffe, also Elektrolyte und auch Vitamine und auch Kollagen, was alles sehr, sehr gut ist für unseren Körper und vor allen Dingen auch für unseren Darm. Und das auf natürliche Art und Weise hergestellt, so wie man es früher auch gemacht hat, man kennt es ja, wenn man krank war, ganz früher, hat man dann Knochenbrühen bekommen. Wir sind ja jetzt nicht in dieser Form krank, aber uns fehlen dann einfach Mineralstoffe, die gebundenerweise an Kohlenhydrate hängen, ausgeschwemmt werden und oftmals auch, wenn man viel Kaffee trinkt, ist es dann auch noch so ein Thema. Man kennt es sprichwörtlich auch, wie man es sich vielleicht vorstellen könnte, wenn man zu viel Alkohol getrunken hat am nächsten Tag, hat man auch so einen Kater, sprichwörtlich einen Kater, da nimmt man dann auch, man kriegt dann so bestimmtes Pulver und das ist auch nichts anderes wie Elektrolyte, wo man, wo es einem dann wieder ein bisschen besser geht und Zucker ähnlich kann man es vergleichen wie ein Kater, also wie so eine leichte Kopfschmerzen, Müdigkeit, Antriebslosigkeit, das kann auch schnell dazu führen, dass man Elektrolytmangel hat, das muss jetzt nicht irgendwie ein angehender Infekt sein, sondern es kann auch damit zusammenhängen und dann ist es ganz gut, wenn man weiß, was in der Brühe auch drin ist, spart natürlich auch Geld, man kann entsprechend das so zubereiten, wie man es möchte, ich habe zum Beispiel zu Hause noch so einen Slowcooker, also so einen Schongarer, das ist nämlich auch ganz praktisch, da kannst du die Temperatur einstellen, da hast du zwei Stufen, ich glaube 65 Grad und 85 Grad, also es kocht nichts und vor allem wird es schonend gegart und die Inhaltsstoffe sind dann auch alle erhalten und es schmeckt sehr gut und man muss jetzt nicht ständig beim Topf bleiben und kann das dann auch mal in Ruhe lassen. Das Gemüse würde ich auch tatsächlich entfernen, weil das ist einfach, ich sage jetzt mal, totgesimmert, ja, also das schmeckt dann einfach nicht mehr, die Aromastoffe, Inhaltsstoffe sind dann alle schon übergegangen und dann hat man eine schöne Vorratshaltung, auch man kann das zum Beispiel super gut als Eiswürfel einfrieren und wenn man dann mal wieder was zubereitet, kann man diese Eiswürfel dann einfach seiner Soße hinzugeben und hat dann auch nochmal einen Aromakick in der entsprechenden Zubereitung von seiner Mahlzeit. Ganz genau und diese Symptome wie Kopfschmerzen zum Beispiel, die sind auch darauf zurückzuführen, dass eben dem Körper Elektrolyte fehlen und dass man gerade einfach ein Ungleichgewicht im Wasserhaushalt im Körper hat. Das bedeutet, man sollte in dieser Umstellungsphase, wenn man raus möchte aus der Zuckersucht, auch mehr Wasser trinken, als man das vielleicht vorher gemacht hat. Da kann man sich zum Beispiel auch einfach Wecker stellen auf dem Handy, die einen dran erinnern. Es gibt auch Apps, die man sich runterladen kann und was man zusätzlich noch machen kann, was sind eigentlich Mineralstoffe, Elektrolyte? Das sind ja Salze. Ja, also du kannst dir auch ein gutes, hochwertiges Salz raussuchen, was Mineralstoffe enthält. Also bitte nicht dieses Tafelsalz verwenden, sondern ein gutes Bergsalz zum Beispiel. Bei Meersalz, das wird ja auch umstritten, wie belastet ist das jetzt und so weiter. Aber bei so einem guten Steinsalz oder auch Bergsalz wird das manchmal genannt. Ursalz habe ich auch schon gehört, da gibt es verschiedene Bezeichnungen. Einfach mal schauen, was da drin ist. Das ist ja meistens aufgelistet, ja, wie viele, wie viel Natrium, wie viel Magnesium und so weiter ist da drin. Und wenn du dann merkst, du hast wieder so ein Verlangen nach Zucker, kannst du dir eine kleine Flocke Salz entweder auf die Zunge oder unter die Zunge legen. Und das hilft auch sehr, sehr gut, wenn man ein starkes Verlangen hat nach Zucker. Also mir persönlich hat super geholfen. Danach aber bitte wieder mit Wasser nachtrinken. Salz trocknet ja auch aus. Oder einfach mal, wenn es schnell gehen muss, die Zähne zu putzen. Hilft manchmal auch bei so einem starken Verlangen nach was Süßem. Es gibt auch so Bitteröle und so weiter. Das liegt mir jetzt nicht. Aber mal so Zähne putzen und vor allem wird dann oftmals auch Hunger mit Durst verwechselt. Der Körper ist manchmal ja nicht so schlau, wie man denkt oder man selber nicht so schlau ist. Und dann denkt man oft, man hat Hunger und man hat eigentlich vielleicht zu wenig getrunken. Man kann das Trinken auch gut aufpeppen. Das hat man ja vorher auch am Anfang gesagt. Man kann Minze, Ingwer und Zitronenscheiben hinzugeben. Man kann entsprechend schon natürliche Aromastoffe hinzufügen und muss es nicht langweilig trinken. Und es gibt auch sehr, sehr gute Wasserquellen vom Schwarzwald, wo man auch einen guten Mineralhaushalt in dem Wasser hat, wo auch entsprechend durch das zusätzliche Mehrtrinken an Mediumsprudel oder Stillmsprudel, was auch immer, dann auch ausgeglichen werden kann. Es muss ja nicht Leitungswasser sein. Man kann da auch entsprechend auch auf die Marke schauen, was man gerne möchte. Zumal wird ja auch ganz oft so ein Problem angesprochen, dass Leute zum Beispiel Schwierigkeiten haben mit bitterem Geschmack. Aber das sollte man sich tatsächlich mal angewöhnen. Jedes Mal, wenn man Verlangen nach etwas Süßem hat, einfach mal irgendetwas Bitteres essen. Denn das gleicht das sehr gut aus. Wie du schon sagtest, es gibt diese Bitterstoffe, die werden meistens in Tropfenform verkauft. Da muss man aber auch aufpassen. Da ist oftmals Alkohol drin. Also wenn man das nicht verträgt, ist es auch immer ein bisschen schwierig. Aber da gibt es sicherlich verschiedene Hersteller. Ich kenne mich einfach mit der Thematik nicht so gut aus, beziehungsweise habe mich da nicht eingelesen. Was ich einfach gemacht habe, ist, ich habe mir frische Kräuter genommen. Ich bin sowieso so ein kleiner Kräuterfreak und habe das gekaut. Einfach frische Kräuter kauen gibt auch ein frisches Gefühl im Mund, denn das ist ja auch so ein Symptom während der Ketogrippe oder der Umstellungsphase. Man hat einen unglaublich trockenen Mund und das kann da auch helfen. Also das hilft zum einen, den Geruch auch zu verbessern. Das gibt dir ein frisches Gefühl im Mund und das hilft dir bei diesem Verlangen nach Zucker. Ich habe zum Beispiel das große Glück, dass meine Schwiegereltern, die haben einen eigenen Schrebergarten. Da wächst das alles. Ich bin dann einmal die Woche da hingefahren, bin mit so einem fetten Bund Kräuter da rausgekommen und habe das immer wieder gekaut. Das Schöne ist, Kräuter kannst du auch sehr gut einfrieren. Das war im Sommer auch so ein krasser Tipp, den ich irgendwann mal bekommen habe, das einfach einzufrieren und wenn das so schön kalt ist und draußen ist es warm, das dann einfach kauen. Hat super geholfen und da war ich mir sicher, dass da nichts dran ist und vor allen Dingen auch, dass da kein Zucker drin ist, denn das ist ja auch so ein Problem, zum Beispiel bei Kaugummis oder bei irgendwelchen Erfrischungstabletten, Bonbons und so weiter. Ja, super. Von dem her, ich denke mal, wir haben dann doch mehr wie zwei Tipps von uns gegeben, wo vielleicht dem einen oder anderen helfen können und wenn man erstmal starten will, um was es überhaupt geht, dann verlinken wir ja unsere Meditation raus aus der Zuckersucht, da kann man erstmal anhören, um zu sehen, möchte ich überhaupt den Weg gehen. Wichtig zu sehen, das macht man immer für sich selbst, das macht man nicht für jemand anderen und das muss man als Reset sehen, als Neustart, einfach mal das auszuprobieren, das wäre auf jeden Fall die Zeit wert und auch mal seinem Körper einfach dann was Gutes tun für diese Zeit und sich mit dem Lebensmittel zum Mittel, zum Leben beschäftigt und dann auch wieder ein neues Geschmackserlebnis kennenlernt. Das ist auf jeden Fall den Weg wert und wir können es euch nur ans Herz legen, das einfach mal auszuprobieren. Auf jeden Fall. Ich könnte tatsächlich eine ganze Woche über dieses Thema reden, weil mich das so beschäftigt und weil ich ja selber auch so betroffen war. Aber ich denke, an dem Punkt sollten wir so langsam mal aufhören. Wenn ihr aber noch Fragen habt zu dem Thema, gerne in die Kommentare schreiben. Wir werden das auch auf jeden Fall in den nächsten Podcast-Folgen nochmal mit reinbringen oder planen nochmal eine separate Podcast-Folge zum Thema Zuckersucht. Wie kommt man raus aus der Zuckersucht? Und so weiter und so fort. Ich denke aber, dass wir hier schon gute Tipps gegeben haben. Falls du noch Tipps haben solltest, kannst du die auch super gerne einfach in die Kommentare schreiben. Wir wollen uns ja auch gegenseitig helfen. Ich finde das auch toll, wie ihr euch immer austauscht in den Kommentaren. Es ist wirklich schön, mitzulesen und das einfach zu sehen, dass ihr auch bereit seid, anderen zu helfen. Das finde ich richtig toll. Genau. Timo, hast du noch was zu sagen? Das ist richtig toll, weil es eine Community ist, wo auch eine Bewegung ausmacht. Und man merkt, es gibt verschiedene Strömungen. Das ist auch vollkommen normal. Das ist auch das, was du auch vorher sehr gut auch erklärt hast. Es gibt verschiedene Wege, die nach oben führen, aber dennoch sind wir alle auf dem gleichen Weg. Und so muss man das sehen. Der eine macht das so, der andere macht das so. Ich sehe manche Sachen so, die Anna sieht das so. Aber letztendlich muss jeder seinen Weg finden. Und wenn man gemeinsam sich unterstützt, egal in welcher Form, ist es auch das Schöne, weil so eine Ernährungsform kann auch verbinden. Und das finde ich ganz klasse. Und deswegen freue ich mich auch, dass man das Thema heute Zuckersucht in diesem Einklang zusammen besprechen kann. Ich freue mich auch. Und ich freue mich auch auf die nächsten Podcast-Folgen, denn wir haben schon so viele Themen vorbereitet. Aber keine Sorge, wir werden auch immer wieder freie Spots haben, wo wir zum Beispiel Podcast-Folgen drehen zu euren Fragen oder zu euren Anmerkungen, die ihr in die Kommentare schreibt. Das war es jetzt aber erstmal für heute. Und wir hören oder sehen uns in der nächsten Podcast-Folge. Ciao. Ciao, ciao. Vielen Dank.